Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. Der Trading-Tipp des Tages am Dienstag. Herzlich willkommen dazu. An meiner Seite wieder Thomas Bergmann. Schön, dass du da bist. Hallo. Du hast uns die Deutsche Wohnen heute mitgebracht als Trading-Tipp des Tages. Am Freitag hat die Deutsche Wohnen ja so relative Stärke bewiesen. Am Tag des Brexit-Schocks hat die Immobilienaktie nicht ganz so doll gebeutet wie den Markt. Wie hat sich denn in den letzten Tagen die Aktie entwickelt? Ja, noch besser war die oder noch stärker war die relative Stärke gestern. Am Montag haben wir wieder 3% im DAX verloren und die Deutsche Wohnen ist um 1,2, 1,3% gestiegen. Und ja, die Fantasie ist natürlich dahinter, dass durch den Brexit viele Banken jetzt auf dem Kontinent übersiedeln, ihre Leute aus London abziehen und in Frankfurt ansiedeln und dadurch die Nachfrage nach Wohnraum in Frankfurt eben steigt. Und das kommt den Immobilienaktien zugute, die eben auch Einheiten, Wohneinheiten in Frankfurt haben. Und da ist Deutsche Wohnen, Bonovia haben zwar jetzt nicht so massiv, weil Deutsche Wohnen ist ja verstärkt in Berlin tätig. Aber es gibt einen kleinen Teil eben in Frankfurt. Vielleicht rechnet man auch damit, dass die Leute nach Berlin vielleicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Immobilienaktien waren gestern in der Breite die Outperforming des Marktes. Und wir sehen es auch gleich im Chart, dass das Ganze sehr spannend ist. Schauen wir uns das Ganze an. Wir sehen die Handelsplattform von CMC Markets hinter uns. Und erklär uns mal, was ist denn gerade das Spannende geworden? Ja, wir sehen zunächst einmal, dass die Deutsche Wohnenaktie sich schon seit langer Zeit, also hier seit Februar, März, oberhalb von der 200-Tage-Linie bewegt. Das ist schon mal sehr positiv, dass wir auch die ganze Zeit über der 55-Tage-Linie liegen. Haben am Tag des Brexit auch verloren, aber auch einen ganz schnellen und ganz starken Rebound gesehen. Wir gehen da mal etwas näher hin, um das ein bisschen besser zu sehen. Also hier eben der Tag des Brexit, der Rücksetzer exakt auf die 55-Tage-Linie. Dann wieder der Sprung nach oben. Und jetzt sehen wir eben hier ein neues 9-Jahres-Hoch. Und das könnte die Aktie natürlich jetzt weiter beflügeln. Wir wissen, historisch betrachtet, dass eben neue Höchstkurse in der Regel zu weiteren führen. Und ich kann mir das hier durchaus vorstellen. Ich sage mal, das Potenzial, wenn wir jetzt hier mal bei 28 die Untergrenze nehmen, hier bei 30 die Obergrenze, so eine Art Sidewärts-Range. Diese 2 Euro könnte man jetzt hier theoretisch auf die 30 Euro draufpacken. Dann kommt man zu dem kurzfristigen Ziel von 32 Euro. Das ist so jetzt das Potenzial, das wir sehen, wenn die Aktie auf Schlusskursbasis heute über der 30-Euro-Marke schließt. Das ist sicherlich sehr spannend und sehr aussichtsreich. Und angesichts des Potenzials, das du gerade angesprochen hast, wie könnte der Anleger sich jetzt ganz konkret positionieren? Also wer auf Nummer sicher gehen will, wartet mal aus technischer Sicht ab, ob wir jetzt heute darüber schließen. Wer sagt, das wird in einem freundlichen Marktumfeld heute der Fall sein, kann auch auf dem aktuellen Niveau, wir stehen bei 30,08, eine Position eingehen. Kann ja die Hälfte erstmal machen mit dem Stoppkurs, ich würde mal sagen, im Bereich 29,60. Also sehr eng, weil wenn es wieder drunter fällt, kann es natürlich eine Top-Formation werden. Also von daher, also Market Order auf dem aktuellen Niveau, halbe Position und die andere Hälfte sollten wir heute auf Schlusskursbasis drüber schließen mit Ziel 32 Euro. Dann vielen Dank für deine Einschätzung, Thomas, danke für Ihr Interesse und bis morgen.